Die sieben mächtigsten Zauberer im Orden des Phönix. Das und mehr, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir die sieben mächtigsten Zauberer im Orden des Phönix kennenlernen und ihre beeindruckenden Fähigkeiten erforschen und analysieren. Der Orden des Phönix ist ein geheimer Bund von Zauberern und Hexen, die sich dem Kampf gegen den dunklen Lord Voldemort und seinen Anhängern verschrieben haben. Dieses Ranking von mir ist natürlich subjektiv und kann von jedem anders betrachtet werden. Schreibt auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare, wen ihr als am mächtigsten im Orden des Phönix wahrnehmt. Lasst uns direkt eintauchen und diese herausragenden Zauberer kennenlernen. Auf der Nummer 7 haben wir Kingslay Shacklebolt. Kingslay Shacklebolt war ein beeindruckender und zuverlässiger Zauberer, der ein hochrangiges Mitglied des Zaubereiministeriums und ein erfahrener Duellant war. Kingslay ist ein ruhiger und besonderer Charakter in der Saga, der durch seine Gelassenheit und seine Weisheit auffällt. Er ist ein sehr guter Stratege und zeigt eine bemerkenswerte Entschlossenheit, um das Gute zu verteidigen und das Böse in die Flucht zu schlagen. Seine aufrichtige Loyalität und sein Mitgefühl machten ihn zu einer beliebten Figur bei seinen Kollegen und seinen Verbündeten. Seine Fähigkeiten im Kampf und seine ruhige, kluge Art machten ihn zu einem wertvollen Mitglied des Orden des Phönix und damit verdiente er sich wirklich diesen Platz als Nummer 7 auf unserer Liste. Nummer 6 Nymphedora Tongs Nymphedora Tongs war eine talentierte Zauberin und außerdem eine Metamorph Magus, was bedeutet, dass sie ihr Aussehen nach Belieben ändern konnte. Ihre perfekte Tarnmöglichkeit war bei ihrer gerade abgeschlossenen Ausbildung zum Auror natürlich sehr nützlich und bewährte sich auch in ihrer Arbeit als Auror im Zaubereiministerium als sehr günstig. Tongs setzt ihre einfache Tarnfähigkeit selbstverständlich auch bei ihrem Engagement für den Orden des Phönix ein, wie zum Beispiel bei einer Cover-Mission, in dem sie ihre Identität einfach verbergen konnte. Tongs war auch eine erfahrene Duellantin und kämpfte tapfer in der Schlacht von Hogwarts. In der Schlacht von Hogwarts starb sie jedoch leider und hinterließ einen Sohn. Trotzdem war sie meiner Meinung nach eine der stärksten Auroren im Ministerium und verdiente sich dadurch auf dieser Liste den Platz Nummer 6. Auf der Nummer 5 haben wir Remus Lupin. Remus Lupin war ein Mitglied des Ordens und ein ehemaliger Schüler von Hogwarts. Außerdem ist er ein sehr angesehener Zauberer. Er ist außerdem ein Wehrwolf, was bedeutet, dass er bei Vollmond in eine gefährliche und unkontrollierte Bestie verwandelt wird. Aufgrund seines Wehrwolf-Zustandes musste Lupin in der Vergangenheit viele Vorurteile und Diskriminierung erleben, was zu einer gewissen Verbitterung und Zurückgezogenheit geführt hat. Trotz seiner Einschränkungen durch den Wehrwolf-Fluch behielt er seinen Verstand und seine Kontrolle, was ihn zu einem mächtigen und respektierten Mitglied des Orden des Phönix machte. Lupin ist bekannt für seine Selbstlosigkeit und seinen aufrichtigen Wunsch, Gutes zu tun. Er ist ein Vorbild für Toleranz und Verständnis und setzte sich für die Rechte und das Wohlergehen aller magischen Wesen ein, einschließlich Wehrwölfe. Als Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts konnte er seine Schüler gut unterrichten und ihnen helfen, sich gegen dunkle Kreaturen zu verteidigen. Seine Unterrichtsmethoden sind kreativ und praxisorientiert und er genießt hohes Ansehen bei den Schülern für seine Fähigkeiten, komplexe magische Konzepte verständlich zu erklären. Auch Remus Lupin starb leider in der Schlacht von Hogwarts. Trotzdem war er einer der mächtigsten Zauberer des Orden des Phönix und verdient sich damit den Platz 5 auf dieser Liste. Auf der Nummer 4 haben wir Sirius Black. Sirius Black war ein mutiger und mächtiger Zauberer, der für seine Freunde und Familie alles geben würde. Als Animagus konnte er sich in einen großen schwarzen Hund verwandeln. Sirius war ein starker und fähiger Duellant und war bekannt für seine schnellen Reflexe und seine kampferprobten geistigen Fähigkeiten. Nachdem Voldemort die Eltern von Harry Potter getötet hatte, wurde Sirius Black fälschlicherweise beschuldigt, die Potters an Voldemort verraten zu haben und außerdem an dem Mord an zwölf Muggeln beteiligt zu sein. Sirius wurde zu diesem Zeitpunkt von Peter Pettigrew reingelegt, dem er vorher eigentlich blind vertraute. Er wurde zu lebenslanger Haft im Zauberergefängnis von Azkaban verurteilt, obwohl er unschuldig war. Sirius Black ist ein loyaler und fürsorglicher Mann gewesen, der eine tiefe Bindung zu Harry Potter entwickelte. Er war bereit, alles zu riskieren, um Harry Potter zu schützen und ihm beizustehen. Seine bedingungslose Liebe zu Lily und James Potter führte ihn dazu, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, um Harry vor den Gefahren zu bewahren, die ihn umgaben. Und so kam es dann auch dazu, dass der Mann, der sein Leben geopfert hatte, schließlich von Bellatrix Estrange mit dem Avada Kedavra-Fluch getötet wurde. Nichtsdestotrotz wäre die Geschichte ganz anders ohne Sirius Black verlaufen und Harry Potter hätte vermutlich Voldemort niemals besiegt. Deswegen hat Sirius den Platz 4 auf dieser Liste meiner Meinung nach durchaus verdient. Nummer 3 Severus Snape Severus Snape ist ein Zauberer mit einer düsteren Vergangenheit. Er wächst in einer schwierigen Umgebung auf und hat eine schwierige Kindheit, die von Misshandlung und Vernachlässigung geprägt ist. Er war ein ehemaliges Mitglied der Todesser, entschied sich aber diese zu verlassen, um zum Orden des Phönix zu gehen und um Voldemort zu bekämpfen. Er war ein begabter Oklomantiker und konnte seinen Geist vor Eindringlingen schützen, einschließlich Voldemort selbst, der versuchte einzudringen. Obwohl Snape oft ein strenger und schroffer Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste war, ist er auch ein äußerst begabter Zauberer gewesen, mit einem tiefen Verständnis für die magischen Künste. Er war außerdem bekannt für seine Expertise in Zaubertränken und war Professor für dieses Fach in Hogwarts. Er wird oft als tragische Figur angesehen, die zwischen Gut und Böse gefangen ist und letztendlich eine bedeutende Rolle im Kampf gegen die dunklen Mächte spielte. Letztendlich wäre Harry Potters Geschichte ohne ihn komplett anders ausgegangen und er ist wohl einer der Charaktere in der Geschichte mit dem größten Einfluss auf das Ende. Für mich steht er in jedem Fall auf der Nummer 3 auf dieser Liste, da er einer der stärksten Charaktere ist, die ich jemals in einer Serie erlebt habe. Auf der Nummer 2 haben wir Minerva McGonagall. Minerva McGonagall, die stellvertretende Schulleiterin von Hogwarts und Leiterin des Hauses Gryffindor, war eine außergewöhnliche Hexe. Sie war bekannt für ihre Strenge und ihre Disziplin, aber auch für ihre außergewöhnliche Weisheit und ihren Sinn für Gerechtigkeit. Als Animagus konnte sich McGonagall in eine graue Hauskatze verwandeln, was zu einigen humorvollen und dramatischen Momenten in der Geschichte führte. Sie ist eine Meisterin der Transfiguration gewesen und konnte Animagi in ihrer menschlichen und tierischen Gestalt leicht erkennen. Ihre Loyalität und ihr Mut machten sie zu einem Vorbild für ihre Kollegen und Schüler. Sie war bekannt für ihre Integrität und ihre Fähigkeit, kluge Entscheidungen zu treffen, selbst in den schwierigsten Zeiten. McGonagall zeigte ihre bemerkenswerten magischen Fähigkeiten in der Schlacht von Hogwarts, als sie sich tapfer gegen die Angriffe der Todesser stellte. Und ich denke, diesen Platz auf der Liste verdient sie definitiv. Und auf der Nummer 1 haben wir natürlich, wie zu erwarten, Albus Dumbledore. Albus Dumbledore ist zweifellos einer der mächtigsten Zauberer aller Zeiten. Er war der Gründer des Orden des Phönix und seine Weisheit und Macht waren legendär. Er ist eine wichtige Leitfigur und Anführer in diesem Krieg und setzte sich unermüdlich für die Sicherheit und das Wohlergehen der magischen Gemeinschaft ein. Dumbledore war ein Meister der Zaubertränke, Verwandlung und Alchemie. Seine bekannteste Fähigkeit war wohl der Fidelius-Zauber, mit dem er Geheimnisse verschleiern und beschützen konnte. Dumbledores Charakter wird durch seine vielschichtige Vergangenheit geprägt. Obwohl er ein mächtiger und respektierter Zauberer ist, ist er nicht frei von Fehlern und hat auch dunkle Geheimnisse in seiner Geschichte. Zudem war er ein hervorragender Duellant und konnte sogar mehrere Gegner gleichzeitig bekämpfen. Sein Charakter symbolisiert die Bedeutung von Mut, Opferbereitschaft und dem Glauben an das Gute und seine Präsenz verleiht der magischen Welt von Hogwarts eine zeitlose und beeindruckende Dimension. Also kein Zweifel, dass er auf die Nummer 1 gehört. Zeit für ein kleines Fazit. Die Mitglieder des Orden des Phönix sind einige der mächtigsten und tapfersten Zauberer und Hexen in der magischen Welt. Sie kämpfen unermüdlich gegen die dunklen Kräfte von Lord Voldemort und sind bereit, alles zu opfern, um das Böse zu besiegen. Jeder von ihnen trägt einzigartige und beeindruckende Fähigkeiten zur Verteidigung der magischen Gemeinschaft bei und zeigt, dass Mut und Entschlossenheit in der dunkelsten Stunde einen großen Unterschied machen können. Falls ich irgendwelche Charaktere vergessen habe, die unbedingt in die Liste müssen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Außerdem würde ich gerne eure Liste sehen, also schreibt diese auch gerne in die Kommentare. Falls du noch Fragen oder Themenwünsche hast, schreib sie gerne auch in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.